Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen ZUSI-Folge hier auf ÖPNV-Simulation mit mir, dem Bio. Schön, dass du wieder einschaltest. Und ja, wir sind mal wieder in ZUSI unterwegs. Nach der letzten Folge hat mir das doch relativ viel Spaß gemacht. Und wir sind heute mal wieder in Kassel unterwegs. Und zwar fahren wir heute nämlich den ICE 627. Das Ganze geht von Göttingen nach Kassel Wilhelmshöhe. Und ja, fahren das Ganze, wie gesagt, ja halt mit dem ICE. Und so weit, so gut, so schaut es auch aus. Wir sind am Tage unterwegs. Und wir werden jetzt mal ganz kurz, weil bevor wir jetzt wieder zu spät losfahren und alles sowas, werde ich den Zug jetzt schon aufrüsten. Auch wenn das Quatsch ist. 627. Und da haben wir den nämlich schon. Da ist der Fahrplan nämlich gültig. Und jetzt können wir nämlich hier ganz gechillt nämlich springen. Den Zeitsprung. Und dann seht ihr nämlich auch mal, wie schnell die Zeit so geht. Ähm, wann musst du? Um 8. Und dann... Ja, seht ihr? Wir sind nämlich jetzt schon wieder viel zu spät. So, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich kurz mal... Ah, ich blicke hier mal mit dem Tastschalter nicht durch. Ich weiß, es gab mal den Tipp, es gibt ein Programm dafür. Ähm, aber das ist halt irgendwie... So. Genau. Wir stehen schon am Bahnhof. Das ist natürlich jetzt so... Ich komme leider auch nicht näher. Ich komme leider auch nicht näher. Schließvorgang eingeleitet. Oh. So, nach hinten. AFB, AFB. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, Leute. Los geht's. Ich weiß gar nicht. Da steht 160. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann ich mir gar nicht so 100% vorstellen, dass wir hier schon 160 fahren dürfen. Aber stimmt schon. So, Sifa bestätigen. Und weiter geht's. Jetzt... Jetzt... Ich sehe gerade, wir hätten sowieso noch 120 fahren. Ja, wir waren ja sowieso bei 102. Müsst du gleich die LZB wieder anschlagen, normalerweise. Aber die Deutsche Post. Also, man kann mir das immer noch sagen. Also, nichts gegen den Train-Simulator. Der Train-Simulator sieht wirklich gut aus. Train-Simulator sieht noch besser aus. Spielt sich beides gut. Aber irgendwie kommt nichts an Susi ran. Also, da kannst du mir sagen, was du willst. Auch wenn Susi aussieht, wie wahrscheinlich für viele, absolut wie Stille. Das kann ich nicht bestätigen. Das kann ich absolut nicht bestätigen. Also, ich weiß nicht. Das hat so diesen Omsi-Flair drin. Ja, dass du dann irgendwie so richtig Bock hast, unbedingt weiterzuspielen. Jetzt können wir hier natürlich... Aber auch die AFB einfach abschalten. Nee, kann man nicht. Natürlich, wir können sie einfach abschalten. Das hat er nicht noch. Das hat er nicht noch. Ich habe da für eine... Omsi-Flair 230. geht da was, zieh mal ein bisschen Ja, der ist öde, schnöde, langsam Abitation, das ist ein S9 Irgendwie beschleunigt der wird so langsam Wir haben auch ordentlich verspätung hier drinnen Also, was heißt ordentlich Verspätung Ich habe jetzt gehört, normal bei der Verspätung Redet man erst ab 6 Minuten Dann ist man zu spät Also, es war jetzt irgendwie Letztens jetzt in den Nachrichten Habe ich das jetzt irgendwie gehört Ich meine, die Deutsche Bahn hat sowieso ihr Ziel verfehlt Sie hatten ja vorher gehabt Ihre Verspätung Zu verbessern Um 1,5% zu verbessern Um 1,5% Und sie haben nicht mal die 1% geschafft Sie haben nicht mal die 1% Das ist schon ein trauriges Das ist ein mega trauriges Ergebnis Aber mein Gott, so ist das halt normal Dass das manchmal immer nicht so rund läuft Wie es laufen soll Das ist ja selbstverständlich Wir reden hier von Technik Technik versagt nun mal Das ist halt einfach so Und wenn man mit dem Gedanken spielt Dass Technik alleine fungieren soll Ohne Mensch Ja, dann muss man sowas in Kauf nehmen Das ist halt einfach so Ich meine, was macht denn der Lokführer Sehen wir mal jetzt das Spezial Jetzt sich hier zu sehen Der Zug übernimmt alles Lass doch mal jetzt hier eine Störung drin sein In der LZB Der Zug bremst einfach ab Und steht dann halt einfach Und zack So schnell kann es gehen Ja Und so weiter und so fort Also Wahrscheinlich kann man das noch wieder alles aushebeln Und sind wieder manuell weiterfahren Gibt es wahrscheinlich alles Aber trotzdem haust du dir erstmal diese Verspätung rein Und so geht das halt Ganze Ja Und Aber sie haben wie gesagt Schon niedrig angesetzt 1,5% Wollten sie verbessern Und sie haben halt nicht mehr die 1% Das ist Das ist Das ist ein megatrauriges Ergebnis eigentlich Aber was Wollte ich sagen Es ist halt irgendwie Ne Wo war ich denn eigentlich stillgeblieben? Also ich überlege gerade Ja wie gesagt Also auf jeden Fall Das ist schon Ein echt bitteres Ergebnis Finde ich persönlich Aber Wollte ich sagen So ab Sehr gut Ich muss ja auch dazu sagen Dass wir ja schon lange Kein Zusied mehr so richtig hatten So aktiv Ja Jetzt war ja nur letztes Mal Jetzt mal hier eine Folge da gewesen Aber das ist Zeit Von der letzten Folge Denn ich glaube Dann auf jeden Fall März, April, Mai, Juni Hat wieder die letzte Folge gehabt Das ist schon Schade eigentlich Zusied ist schon eine coole Simulation Ich will aber halt nicht immer GCE fahren Und die anderen Aufgaben Däumen meistens immer alle zu lange Da habe ich dann keinen Bock Dann hier so zwei Stunden zu sitzen Weil Es ist ja so Weil viele sich ja beschweren Zu sie hat Bis 20 Minuten Aufgaben Das kannst du absolut knicken Ja Das Es gibt ja Aufgaben Da bist du über 6 Stunden unterwegs Ja Und so weiter und so fort Also das Das ist nicht so Übrigens Hier Könnt ihr das kaufen Auf gamesplanet.de Entschuldigung Da ist ja ein Bildschirm davor Also könnt ihr kaufen Und unterstützt sogar unseren Kanal damit Also tut uns sogar noch was Gutes für Würde ich sehr, sehr begrüßen Denn zu sich ist einfach noch eine coole Simulation Sie sieht halt wirklich altbacken aus Für den einen oder anderen Ich finde das genau richtig Die Performance ist super Ihr seht kein Ruckeln, nichts Ich spiele das Ganze hier in 4K 60fps Es ruckelt nix Ich kann das sogar ohne Probleme aufnehmen Und Ich finde den einfach klasse Da kann man mir Reindrehen und sagen Ne, das ist nicht so Susi Ist für mich Mit einer der besten Zug-Simulationen, die es gibt Train-Simulator kommt dann nach Train-Simulator auch Ja Da geht es aber eigentlich eher so Ins Grafische rein Die sehen halt grafisch absolut genial aus Aber Susi Ist Nonplusultra Was das Ganze ringsrum angeht Spielerische Und so weiter Es kann sogar sein, dass ihr mich jetzt gerade die ganze Zeit gar nicht verstanden habt Weil vielleicht der Ton vom Spiel zu laut war Ich hoffe mal Einfach, dass ihr mich verstanden habt Und dann werden wir mal gucken Dass wir hier Mal Susi mal wieder ein bisschen Enger ran nehmen Jetzt kommt zwar eine neue Strecke für den Train-Simulator raus Aber Es ist halt gefühlt immer alles das Gleiche Es ist halt immer gefühlt Immer alles das Gleiche Wenn du eine Strecke gesehen hast gefühlt Hast du eigentlich alle Strecken gesehen Ich weiß Jetzt kommst du mir in die Kommentare So Das kannst du so nicht Ich weiß Jede Strecke hat irgendwo seine Besonderheit Aber es ist halt Wäre es der Eintracht Dann kennst du das halt schon irgendwie alles Und Warum bremsst denn der nicht Seitdem der jetzt nicht Abgebremst Gibt auch leider Der AFP nicht aus Gibt auch leider Tja Kurios Aber es hätte immer abbremsen müssen, oder? Mysterious Leute Sag ich euch Ich sage euch Ah. So. So lange wir keine Zwangsprung bekommen, ist alles in Butter. 144 Kasse Wilmsö ist schon in greifbarer Nähe. 144 Kasse Wilmsö, kommen wir da vorne noch irgendwie in einen Stopp. 110 Kasse Wilmsö, also ab 110 Kasse Wilmsö sollten wir dann langsam schon runter bremsen. 144 Kasse Wilmsö. 144 Kasse Wilmsö. 144 Kasse Wilmsö. Untertitelung des ZDF, 2020 So ein 4 km, da kommt Kassel 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 so da stehen wir denn nun in kassel mysteriös müssen wir sagen stimmt ein anwenderfehler gewesen dass wir das jetzt zum beispiel jetzt nicht so angezeigt hat wie es eigentlich sein sollte weil ich glaube normalerweise hätte das da jetzt komplett die ezb gesteuert oder das ganze abbremsen und sowas alles ich glaube dass es da wäre ich gar nicht von nöten gewesen aber irgendwie ich das ein bisschen am anfang ein bisschen komisch eingeschätzt weil er nicht abgebremst hat das war ich hätte ein bisschen eigenartig naja aber das ist es das war auf jeden fall mal wieder eine neue folge von zu sie ohne zwangsbremsung läuft 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 was wir überraschen das war auch noch mal ein bisschen andere strecke kassel ist eine schöne strecke ja der kollege immer ein bisschen langsam unterwegs ist natürlich nur abwarten ich weiß gar nicht 8 uhr 20 ankunft ja das war es dann aber auch schon wieder ich weiß auch nicht mal ob jetzt die aufgabe beendet oder ob das jetzt hier alles ist auf jeden fall sind wir mit einer minute verspätung angekommen das ist doch schaut doch relativ gut aus wir kennen mal wissen konnte man hier nicht irgendwie ranzoomen oder sowas ging das nicht mal keine ahnung oder warte mal nur noch vorstellen kann ist dass er die typisch aufgemacht hat türen sind offener die vorgang eingeleitet so was hat man verspätung eine minute türfräger vergessen hatten wir einmal 31 prozent abzug vormox überschreitung wir haben ein ergebnis von 58 prozent nicht so schön naja das ist auf jeden fall unsere auswertung und sonst gibt es hier einfach nichts mehr zu sagen für heute das war ja gesagt war eine neue folge zu sie ich hoffe euch hat die folge gefallen wenn ja lasst ein like da schreibt in die kommentare und sonst verleihe ich mich auf das nächste mal mit euch hier und verabschiede mich bis denn tschüss und und